Und damit herzlich willkommen auf meinem Rossi-Kanal. Ja, heute Nacht ist mal wieder Zeit für ein bisschen Indie Horror. Und ich bin wieder zusammen, find a way out. Ist schon ein ganz bisschen älter, aber ich hab's gefunden. Ich hab mir gedacht, ja, zur Zeit ist nicht viel da, wo ich spielen kann. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal und lassen uns überraschen. Play. Find a way out, sagt eigentlich schon alles. Moment, mal kurz. The fuck? Where am I? Wo bin ich? Wie gesagt, find a way out. Find a way out. Oh, was war das? Oh, was liegt mir hier? Oh, eine Tauschenlampe. Das ist ja schon mal gut. Und Batteries. Batteries. Scheint irgendwie in einer Anstalt zu sein oder so ein Sanatorium. Ich habe keine Ahnung. Kann ich rennen? Oh ja. Blut. Blut. Wo geht's hier lang? Liegt hier irgendwas? Nein. Ich geh mal da rein. Ja, ich geh mal ziemlich... Donnerwös. Ja, nimmst du sie jetzt? Ah, willst du nicht? Ziemlich creepy. Mysteriös. Ja, alles spielt ja jetzt im Moment Outlast 2. Würde ich auch gerne spielen, bloß auf meinem Laptop läuft das ja eh nicht. Und dann muss ich halt die Sachen spielen, die bei mir gehen. Gut. Da liegt einer. Wer bist du? Er sieht ja nicht mehr so frisch aus. Huhu. Stromkasten, kann ich was tun? Nein. Ich laufe mal ein bisschen schneller. Geh mal hier rein. Mal gucken, ob hier irgendwo was liegt. Kann ich springen? Ah ja, ich kann springen. Immerhin etwas. Huhu. Batteriiiis. Krieg ich die Batterie jetzt bitte? Hallo? Gib mir die Batterien. Wie kann ich reloaden? Ah, B. Batteriiis. Hier war ja so ein Fehler nix. Oh, es ist eine düstere Atmosphäre. Da war ja auch nix. Hat mir nichts übersehen. Nur Batterie. Findet man hier in dem Spiel nur Batterie? Oh. Was? Was? Kann der alte Mann nicht so erschrecken? Was? Plus, minus? Was ist denn das? Oh, eine Zahlenkombination. Okay. Habe ich keine. Wunderbar. Eine Zahlenkombination. Das hatte ich jetzt nicht erwartet. Dass man in dem Spiel auch noch so Rätsel tanken muss. What? Aber das... Oh. Aber das macht es ja schon etwas interessanter. Wenn nicht nur Jumpscares kommen, sondern auch ein kleines bisschen Rätsel-Spaß. Huch, da liegt schon wieder einer. Polizei, Polizei, da liegen zwei. Batteries. Der scha... Äh. Kein Kopf, keine Arme. Oh. Oh, das sind viele Räume. Wie nein, dieser Krieg. Toilette, immer gut. Liegt da was drin? Kann ich was tun? Ich habe eine Zahlenkombination vielleicht an der Wände. Schublade. Batteries. Hallo. Nimmst du jetzt? Danke. Ist hier sonst was drin? Nichts an der Wände mit der Zahlenkombination oder sonst was? Ich glaube, das könnte mal wieder etwas länger dauern heute. Aber macht ja nichts. Ich habe Zeit. Ich habe Zeit. Ich habe Zeit. Batteries. Hier war ich ja schon. Kollege, hier warst du schon. Ich gehe wieder brav zurück. Hier war ich auch. Aber hier war ich noch nicht. Oh. Oh. Wo finde ich eine Zahlenkombination? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, wie ich da rauskommen soll. Ich bin nicht im Weg nach draußen. Und keine Batterien. Das ist natürlich aber super klasse. Da kommt man in den Raum rein und findet nicht mal Batterien. Was soll das? Was soll das? Warum tust du mir das an? Spiel. Nichts? Auch kein Hinweis an die Wände? Mysteriös. Hier ergänzt irgendwie eine kleine Info-Spiel. Kleine Info. Da war das Bad. Hier ist nichts. Eine Tür, eine Tür. Please open the door. Hallo? Komm ich da nicht rein? Mist. Eine Zahlenkombination und ich habe keine. Und ich wüsste ja nicht, wo ich die finden soll. Und keine Batterien mehr. Am Anfang lief es doch so gut mit einer Batterie. Dass man die überall gefunden hat. Äh. Oh, jetzt ist es ja noch dunkel. Halt, da war jetzt schon drin. Wo soll ich jetzt noch hin? Und hier, hier komme ich nicht rein. Mist. Wo, wo muss ich lang? Ich weiß es nicht. Wisst ihr's? Ich nicht. Ich habe keinen Plan. Ich habe keinen Plan. Und ich finde auch nirgends eine Zahlenkombination. Klar, ich könnte jetzt probieren. Test, test, test. Ich könnte mal, ja. Aber mir... Ich wüsste nicht. Bringt ja auch nichts, wenn ich dann stundenlang vor der Tür stehe. Und nur probier, 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 probier. Komm aber nicht rein. Aber ich weiß... Das war's ja nicht. Nee. Mist. Jetzt finde ich nicht immer den Weg zurück. So fang's ja schon mal gut an. So kann's weitergehen. Mich hat's gejuckt. Und er hat hier auch nichts. Jemand ist auf dem Boden. Warum kann ich crouchen? Wenn ich hier nichts machen kann. Für was muss ich... kriechen? Kann mir das mal jemand sagen? Oh, wieder keine Batterie. Nein, es wird dunkel. Tja, wenn's ganz dumm... Wenn ich keine Batterien mehr hab... dann ist das Let's Play zu Ende. Warum auch immer. Ich kann springen, aber ich kann jährlich hoch springen. Leute. An der Türe steht auch nichts. Ich weiß nicht, wo ich noch lang gehen soll. Ich weiß es einfach nicht. Ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß es nicht, wo ich noch lang gehen soll. Keine Batterien. Keine Zahlenkombination. Kein Weg nach draußen. Das war's jetzt. Oder hoffe ich doch. Ich mach mal... 6. 6. Nee. Keine Chance. Keine Chance. Und jetzt gehen die Batterie wieder zu Ende. Das heißt für mich... Adios Amigos. Letzte Batterie. Ich sehe nirgends eine Zahlenkombination. Tja. Ich denke mal, ich denke mal, das geht nicht gut für uns aus. Kann ja nicht. Ohne Batterien ist etwas dunkel. Hier verschlossen. Das wird der Weg nach draußen sein bloß. Schade eigentlich. Hatte mich so drauf gefreut. Dann finde ich keine Zahlenkombination. Jetzt bin ich wieder bei ihm. Ach man. Leute. Es tut mir sowas von leid. Ich finde einfach diesen... Versämmelten Weg nicht. Kein... Kein... ... Kot. Keine Batterien. Kein Saft. Kein Saft in der Funsel. Ich verstehe. Ich verstehe es nicht. Ich habe gedacht, ich kann euch hier noch ein bisschen Action zeigen. Oder ein bisschen Grusel. Krusel. Oh. Was? A hat hier was... Oh! Oh! Lines... Oh. Remember this number two? Where is the dead are alive again? Letter 1. Remember the number? Toll. Ich habe keine Batteries mehr. Jetzt habe ich eine Zahlenkombination gefunden. Und finde aber keinen. Ja, jetzt ist es rum. Ja, Leute. Nummer zwei. Aber wo hätte ich die anderen Dinger herbekommen sollen? Ich weiß es nicht. Jetzt ist nur noch alles dunkel. Da bleibt für mich nur noch eins. Zurück ins Menü zu gehen. Controls. Ich habe gerade left shift speed. Mache ich speed? Habe ich alles? Zwei. Gibt es recht? Hallo? Ja, Leute. Ich würde sagen. Das war es für das erste Mal mit find a way out. Wir haben ein Briefchen gefunden. Eine Nummer. Mit zwei. Wo die anderen sein sollten. Keine Ahnung. Wo ich die übersehen habe. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben. Wo ich vielleicht das übersehen habe. Dann würde ich es vielleicht noch mal spielen. Wenn ihr sagt. Komm, spiel doch mal. Mir einen Tipp geben. Was ich übersehen habe. Es liegt an euch. Ansonsten. Über Daumen nach oben. Freut sich glaube ich jeder. Ich würde mich freuen. Wenn ihr wieder einschalten würdet. Auf meinem Rosti Kanal. Das war find a way out. In diesem Sinne. Vielen Dank fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Euer Rosti. Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü